Ja, hallöchen meine lieben Freunde und frohe Weihnachten wünsche ich euch. Nein, keine Angst, ich nehme das jetzt nicht hier fünf Jahre zu spät auf. Es ist nur so, dass jetzt gerade so ein bisschen Wintereinbruch war und da hat man natürlich gesehen oder beziehungsweise, was heißt Wintereinbruch, aber es war halt so, dass es ein bisschen verstärkt geschneit hat und ja, deshalb sage ich jetzt einfach mal so aus Spaß, frohe Weihnachten. Also ihr müsst jetzt nicht denken, hier, ich habe irgendwie was geraucht oder so, aber es geht halt jetzt so, sage ich mal, so ein bisschen dem Winter entgegen, obwohl es nicht danach ganz so danach aussah, nach Winter, wie auch immer. Naja, egal, also wir spielen jetzt mal wieder Just Cause und natürlich werde ich auch Just Cause fertig machen, egal wie viele Parts, auch wenn es 100 Parts wären, weil wir sind ja glaube ich jetzt schon bei fast 60, sollte ich meinen, also wir sind glaube ich schon bei 60 Parts und ja. So, jetzt werde ich mal das sch- Schnell X drücken, mhm. Au, 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 au. Oh, watsch. Jetzt werde ich hier gleich mal gucken, ein bisschen wieder abgrasen. Alter, was geht denn jetzt hier eigentlich ab, Mann? Jetzt habe ich noch so. Ups, ich war das jetzt nicht. Alter, hier ist es schön. Die habe ich auch noch. Okay. Die kommen wie gerufen. Die kommen wie gerufen, ja, die hatte ich zwar schon mal, aber naja. Ich will jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwas finde. So, da drüben ist glaube ich noch was, so wie es aussieht. Ja, geil, scheiße. Was haben wir noch so, ach da hinten. Da hinten ist so ein Imbisswagen. Was ist denn hier los, ey. Was ist denn hier los, ey? Ey, das ist doch mal richtig geil. Ich habe hier vollen Status. Fast keine Munition mehr und boah, nee, Leute, Alter. Was ist denn hier los, ey? What the fuck is hier denn los, ey? Ich schwing jetzt mein Ding mal da oben hin. Was ist denn hier los? Alter, lol, 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 lol. What the fucken, Granatwerfer, Alter. Ey, scheiße, ey, ich kriege es überhaupt gar nicht mehr mit. Ich kriege es gerade überhaupt nicht mit, ey. Was soll denn das jetzt hier, ey? Ja, toll, und ich komme hier nicht mehr raus. Geil, 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 geil. Das ist richtig nice, richtig nice hier, dass ich nicht mehr rauskomme, ey. Scheiße, ey. Nein! Komm mal her, du scheiß Helikopter! Was? Nein! Bin ich vom... Oh, nee, äh... Kollege, du bist doof, du sollst zocken und nicht hier wieder... Alter, was ist denn? Autsch! Mh, äh... Ey, das ist voll ungewohnt, jetzt wieder Just Calls zu spielen. Ach so, langer Zeit. Wisst ihr, meine Freunde, ne? Also, Just Calls, ja. Nein, okay. Ach so, und was es überhaupt noch zu erzählen gibt, ne, das würde ich gerade mal so eigentlich am Rande in die Runde werfen. Äh, vielleicht erinnern sich ein paar noch an, äh... Tom Clancy's Ghost Recon. Das war, glaube ich, mein allererstes Let's Play. Weiß ich gar nicht damals. Oder weiß ich gar nicht gerade. Gar... Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und, ähm... Da habe ich, glaube ich, angefangen bis zu Part... 15 oder so. Dann habe ich irgendwie keine Lust mehr. Das habe ich damals mit Hypercam noch aufgenommen. Das war dann total rucklig und so. Und... Auf jeden Fall, das werde ich auch noch irgendwann mal aufnehmen und natürlich auch zu Ende führen. Wie Just Calls natürlich auch. Also, diese beiden Let's Plays werde ich noch zu Ende bringen. Und dann weiß ich noch nicht, was ich aufnehme. Muss ich erstmal sehen. Ich glaube, dann werde ich erstmal ein bisschen wieder von meinem Computer runterschmeißen. Und dann, wie zum Beispiel Ghost Recon, schmeiße ich dann wieder von meinem Computer runter. Zack, meins. Das ist eine coole Kiste, ja. So, jetzt muss ich gucken. Also, ich komme in die Nähe auf jeden Fall von so einem Ding. Ich weiß auch genau, wo das ist. Nämlich da oben. Ja, lol. Scheiße. Ich glaube, pissen die mir nicht. Oder piss ist die nicht ans Bein. Pissen die mir auch nicht ans Bein. Ähm. Hallo. Was ist hier los? Achso, eh. Aha. Leck mich, ey. Ist doch krank. Wieder so ein homogenisierter Scheiß, ey. So, mal sehen, ob ich mich irgendwo hin porten kann, wo ich schon mal war. Weil hier, äh. Gruppenmission. Was ist denn das? Militärflughafen. Alter, was ist denn hier los? Hallo? Habe ich hier überhaupt noch was zu tun? Ja, ich muss noch ein bisschen, ein bisschen was befreien. So, haufenweise Ansiedlungen und so eine Scheiße, ey. Das ist mal richtig mies, ey. Da muss ich noch übelst viel erledigen, dass ich da 100% hinkriege. Ich will ja auch unbedingt alles fertig machen. Ich muss natürlich auch da, äh, die 100% und so Städte befreien. Also, so bei den Kacknestern ist das überhaupt kein Problem. Weil, äh, das ist ja ganz einfach. Da brauche ich nur halt diese Sachen suchen. Und dann geht das los. So, dann wollen wir mal gucken. Also, Gaze Bond ist online, so. Da geht's sofort los, Junge. Die haben direkt Hass auf mich, ey. Die haben direkt Hass auf mich, ey. Die haben direkt Hass auf mich. Boom. Boah Alter, was ist mit dir? Ah Ah Zmaju mabar Boah 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 Die kommt wie geholfen. WTF WTF Scheiße da war ich schon fast um und dann So gucken wir mal Was das hier so fein ist Eine Geldkassette Eine Geldkassette Also Geld ist immer gut Sind wir bei 52% Das kann aber noch ein bisschen dauern hier Okay den haben wir schon Da hinten ist noch ein Wassertank Nee da komme ich nicht bis hin Nee Oh Ich verschlendere Verschlendere Verschwende Hier voll meine Granaten Das ist doch unnormal Naja Machen wir mal folgendes Steigen wir mal in den coolen Truck Hier ein Keine Angst ich bin's nur Die Feuerwehr in Person Komm mal Komm mal Evi Alter was geht denn mit euch Junge es ist nicht zu blau Jeder ballert auf ein Jeder ballert auf ein drauf ein Das ist nicht mehr normal Ich weiß nicht mehr Ich bin's aber Ich bin's aber Ich bin's aber Ich bin's aber Nein, nur nie mehr. Scheiße. Nein, ihr seid doch hässliche Haare, ihr Fotzene. Das kann nicht wahr sein, da will man einmal so ein bisschen da was tun. Na gut, dann vergreifen wir uns ganz urtypisch an irgendwelchen wehrlosen Dörfern. Die überhaupt nichts machen können. Und so weiter und so fort. Wisst ihr aber Bescheid, Bengels. Wir vergreifen uns einfach an irgendwelchen Dörfern, die sowieso fast am Arsch sind. Also von daher... Gucken wir mal hier, fliegen wir mal dahin und so. Und ja, wisst ihr Bescheid. Da wären wir. Danke, dass die mit ihr Schilden geflogen sind. Hehehehe. So, und ich muss mir jetzt mal was trinken, ohne dass ich hier was zu trinken bei der Hand habe, ne. Boah, das war verdammt knapp. Fast wäre ich aufgeschlagen wie so ein Stein. So, batsch. Titsch. Da haben wir doch schon das erste. Das ist doch schon mal gut hier, ne. Da sind wir schon mal bei... Bei 25 Prozent. Das heißt, es gibt hier nur vier Sachen oder so. Scheiße. 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 Ja, nischt hat er mir. Ja, nischt. So, lassen wir uns fallen. Jetzt sind wir bei 50 Prozent schon. So, dann machen wir das ganz einfach. Gehen hier mit der MP ran. Batsch. Was? So. Halt deine Fresse hier. Ich weiß nicht. Hört ihr schwer, hier sind keine Kampfhandlungen. Ihr seid doch irgendwie nicht mehr ganz. Was geht denn hier? Ja, jo, tschach. Mein Ort. Alter, was geht denn mit euch, Junge? Ahja. Motivation. Neue Skirlazi.